Wir kommen heute wieder zum Gegenstandsjob am 29.07.2020. 2018, so was heute drinne, Bräunungsspezialist, ist am Start, sieht aus wie bei Baywatch oder so, keine Ahnung, gefällt mir nicht, dann Rettungspaddel, sieht genauso doof aus, können wir unseren Säbelzahn dran machen, sieht genauso doof aus, so, dann der Rostflieger ist am Start, das, naja, auch nicht so wirklich die Welt, dann die Hacktechnik, naja, ich weiß es nicht, Leute, ist sowas nur eine Geschmackssache, was den Leuten gefällt und was nicht, also mir gefällt es nicht, dann Überschwang, Ba 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 da, nein, dann das Scherbenfeldwebel, ist mit am Start, den habt ihr mit am Start, für 1200 Bucks, ein Raketendreher, okay, nicht schlecht, und der Peitschenhieb, sieht aus wie vom ADAC, aber egal, gut, Leute, das wollte ich euch heute zeigen, der neue Gegenstandshop, und, ja, wenn es euch gefallen haben sollte, könnt ihr mir gerne Daumen nach oben da lassen, dann wünsche ich euch allen eine wundervolle Nacht, oder Tag, je nachdem man es gesehen habt, und, ja, dann hören wir uns später wieder, würde ich sagen, im nächsten Gegenstandshop, oder beim Stream, ciao, ciao, meine Freunde, und, ja, dann